Raman, unter anderem 0-Punkte-Wochenend. Heute waren es, glaube ich, die Eigenfälle, die den Ausschlag gegeben haben. Wie sehr nervt das? Ja, es nervt extrem. In letzter Zeit sind es immer so kleine Sachen, die viele Eigenfälle, die sich summieren. Und ja, es ist irgendwann, sollte es mal gut sein, man sollte daraus lernen und einen Schritt vorwärts machen. Aber das haben wir wieder nicht gemacht. Wir müssen langsam aufwachen. Sie sind Assistant-Captain. Welche Probleme kann man, oder muss man jetzt auch angehen, dass man am Dienstag in Davos wieder zu Pünkt gelangt? Ja, ich glaube, mental vor allem. Ich glaube, es ist am Selbstvertrauen, nur am Mentale. Ich glaube, jeder weiss, was er eigentlich könnte. Wir haben die Fähigkeit in der Mannschaft, aber wir bringen sie nicht auf die Saison. Ich glaube, das Mentale müssen wir sicher anschauen. Danke vielmals. Merci auch.